Brot ist ein Grundnahrungsmittel, deswegen sollte jeder Mensch wissen, welche Zutaten seine Bäckerei verwendet. Mein Name ist Maria Scheuwens, ich bin gelernte Bäckermeisterin und Betriebswirtin im Handwerk. Seit 2013 leite ich in Gangeltbürchen die Bäckerei Maria von Hiel mit 19 Mitarbeitern. Anders als andere Bäckereien arbeiten wir komplett ohne Fertigbackmischungen und ausschließlich mit natürlichen Zutaten. Der Roggen für unser beliebtes Schwarzbrot wird auf dem Bauernhof meines Ehemanns selbst angebaut und von uns frisch geschrotet und verarbeitet. Mit unserem AC Quadrat Wachstumsplan werden wir unsere frische Milch zu Eis und Käse verarbeiten und zusätzlich eine Milchstankstelle eröffnen. Außerdem verkaufen wir ab sofort auch auf Wochenmärkten in der Region Aachen und werden einen Online-Shop einrichten. So tragen wir zu einer natürlichen und ursprünglichen Ernährung bei. Untertitelung des ZDF, 2020